Mein Name ist Peter Wensierski. Ich bin Journalist seit über 40 Jahren. Ich habe als Westjournalist aus der DDR viele Jahre berichten können. Eines Tages bekam ich einen Anruf und es wurde ein Treffen vereinbart. Und dann stand da plötzlich ein großer Koffer auf den Tisch. Als ich das Material in diesem Koffer sah, dachte ich, das kann nicht sein. Das ist ja wirklich unfassbar. Da ging es um knapp sieben Milliarden. Die Milliardenjagd. Auf den Spuren des SED-Parteivermögens. Alle Folgen jetzt streamen in der ARD Mediathek.